Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und im heutigen Video möchte ich einmal auf die Risiken eingehen, die einhergehen mit Investitionen in Minern, da ich gestern bei der Recherche zu einem Projekt auf einen Artikel gestoßen bin, der das Ganze, ich will mal sagen, massiv kritisiert. Und ich will das einmal an den drei Flaggschiff-Projekten, die ich hier regelmäßig auf meinem Kanal erwähne, erläutern, was meine Meinung dazu ist und welche Punkte ich eventuell auch außer Kraft setzen kann. Erstmal dazu, welche Miner-Projekte ich hier kontinuierlich auf meinem Kanal präsentiere. Und zwar ist es unter anderem im gestrigen Video, dem B&B Miner, Frostflakes ist unter anderem auch eines davon und Baked Beans. Das sind die drei Flaggschiff-Projekte, nenne ich sie mal, die ich hier regelmäßig auf meinem Kanal präsentiere. Gelegentlich kommen auch neue Projekte dazu, die aber meist nicht diese Performance hinlegen wie diese drei Miner und deswegen oft im Schatten der großen Projekte untergehen. Jetzt werden wir uns einmal den Artikel zusammen anschauen und ich werde auf die verschiedenen Punkte eingehen und euch nochmal ganz genau darstellen, welche Risiken diese Miner wirklich haben, die ich hier auf meinem Kanal präsentiere. Und zwar, der Artikel wurde veröffentlicht am 26. September und er beginnt mit dem Titel, investiert nicht in Krypto-Miner, sondern macht das stattdessen. Dieses Do this instead bezieht sich auf das Projekt, auf das ich allerdings in diesem Video nicht eingehen möchte. Ich will speziell auf die Kritik an Krypto-Minern eingehen, er nennt diese auch direkt hier beim Namen und zwar den B&B Miner und Baked Beans sind aus der Autorensicht welche der risikoreichsten Investments und aus seiner Sicht ein No-Go-Investment, wie er hier unten schreibt. Dann die wesentlichen vier Punkte, warum er hier meint, man sollte nicht in Krypto-Miner investieren. Und zwar der erste Punkt, Risk of Rug Pools. Dieser Punkt ist natürlich darin begründet, dass viele Projekte ihre Investoren scammen, weil entweder die Möglichkeit besteht, die Funds aus dem Contract zu ziehen, nachdem das Projekt ca. eine Woche gelaufen ist und die größten Investorengelder eingezahlt wurden. Oder sonstige Hintertüren im Smart Contract eingebaut sind, die es eben dem Projekt-Owner erlauben, die ganzen Funds hier rauszuziehen und die Investoren mit nichts zurückzulassen. Es gab natürlich auf meinem Kanal auch schon Projekte, die gerugpolt haben. Das ist natürlich ganz transparent hier, das ist so. Jedoch die drei Projekte, die ich hier regelmäßig erwähne, bei diesen kann das nicht passieren. Da ist das Risiko nicht mehr da, weil alle drei Projekte, sowohl der B&B Miner als auch Baked Beans als auch Frost Flakes, ihren Contract renounced haben. Das bedeutet, der Owner selbst hat nicht mal mehr Zugriff auf die Funds, sodass hier das Ganze, was sich in der Contract Balance befindet bei allen drei Projekten, die Projekt-Owner bzw. Entwickler haben keinen Zugriff auf dieses Geld, da sie sich quasi selbst seit Beginn des Projekts die Berechtigung entzogen haben, hier das Geld rausziehen zu können bzw. Einfluss darauf zu haben, wo die Gelder der Investoren hingehen bzw. die selbstständig zu verschicken. Dieser Punkt ist somit außer Kraft gesetzt bei diesen drei Projekten. Es ist natürlich trotzdem Fakt, dass in den letzten Wochen und Monaten die Prozentrate von Ruckpulls deutlich zugenommen hat und dagegen definitiv was getan werden muss. In diesem Zuge möchte ich gleich mal auf ein Projekt hinweisen, das ich hier vor zwei Tagen auf meinem Kanal erwähnt habe und zwar Truthseekers. Schaut euch gerne mal das Video dazu an. Diese haben sich nämlich zur Aufgabe gesetzt, genau das zu bekämpfen. Dann zum zweiten Punkt, der quasi mit dem ersten Punkt einhergeht und zwar Amount of Scams und zwar sagt er hier, dass die Rate exponentiell gestiegen ist. Wie gesagt, gerade angesprochen, das stimmt, aber die drei Projekte, die ich hier regelmäßig auf meinem Kanal erwähne, sind auch hier außen vor, da sie wie gesagt keine Möglichkeit haben, ihre Investoren zu scammen. Dann der dritte Punkt, Reduced Returns. Diese Miner versprechen ja in der Regel beispielsweise Baked Beans 8% oder der B&B Miner 3% und er bzw. der Autor kritisiert hier in diesem Fall, dass natürlich diese hohen Raten versprochen werden, obwohl diese teilweise nicht eingehalten werden. Das stimmt auch insoweit, dass diese Raten nicht eingehalten werden, sofern der Smart Contract, also diese Summe hier oder beispielsweise bei Baked Beans, diese Summe hier oben sinken und dann werden automatisch die Rewards der Investoren zurückgeschraubt, sodass man nur noch geringere Prozentraten hier pro Tag erhält. Und diese Funktion dient einfach dazu, dass der Contract nicht zu schnell leer gehen kann und dennoch die meisten Investoren in diesen Projekten ausgezahlt werden können. Das funktioniert natürlich nur insoweit, dass die Investoren zumindest einen Teil ihres Investitionsbetrages hier rausbekommen, weil natürlich nicht jeder komplett ausgezahlt werden kann mit dieser Höhe an Rendite. Das sollte auch jedem bewusst sein. Im dritten Projekt bei Frostflakes gilt dieser Punkt nicht. Also Punkt 3, Reduced Returns, gibt es hier nicht. Da es eine konstante tägliche Renditrate von 2% hier ist, die man erhält, egal ob dieser Contract, also diese Summe hier oben steigt, fällt oder konstant bleibt. Also diesen Miner betrifft das nicht, die anderen beiden ja. Deswegen seid euch dessen bewusst, sobald die Contract Balance rückläufig ist und die Investoren auszahlen, werden sich beim B&B Miner und auch beim Baked Beans Miner die Rewards, die hier unten versprochen werden, von Daily Return zurückschrauben. Dagegen aber, wenn wir uns nochmal die Reward Rate hier anschauen, die mit 3% niedriger liegt als Baked Beans, sofern der Contract anfängt exponentiell zu wachsen, erhält man auch wesentlich mehr wie diese 3%. Heißt, ich habe das beispielsweise in meinem gestrigen Video auch schon erwähnt, wenn der Contract hier anfängt exponentiell zu steigen und hier sehr, sehr viele Investoren auf einmal reinkommen, was hier in diesem Artikel nicht erwähnt ist, dann kann man auch mal gut und gerne 10 bis 15% pro Tag machen, was dann quasi wieder den Rückgang der Rendite kompensiert, wenn die Contract Balance abnimmt. Deswegen ist es so wichtig und ich sage das auch immer in den Videos, der Zeitpunkt, an dem man einsteigt, ist das Wichtigste, um hier das Maximale an Profiten rauszuholen und um natürlich auch sein Risiko zu minimieren. Und damit kommen wir auch gleich zum vierten Punkt und zum letzten Punkt, der hier angesprochen wird, das Ponzi Scheme. Und zwar Ponzi Scheme, für die Leute, die es nicht wissen, auch Schneeballsystem genannt, basiert darauf, dass Projekte natürlich abhängig sind von Investorengeldern. Und Leute bzw. Investoren, die früh in ein Projekt einsteigen, werden von den Leuten, die später kommen, ausbezahlt, da natürlich eine 3- bzw. 8-prozentige Rendite, die man hier in diesen Projekten erhält, nicht nachhaltig sein kann. Im traditionellen Finanzmarkt ist eine 8-prozentige Rendite aufs Jahr gesehen schon durchschnittlich sehr, sehr gut anzusehen. Deswegen, ihr müsst es natürlich immer im Kontrast betrachten. Das Geld, das hier an Rendite ausgezahlt wird, muss natürlich irgendwo herkommen. Und deswegen werden Leute, die früh in diese Projekte einsteigen, von Leuten, die spät in diese Projekte einsteigen, ausbezahlt. Das ist allerdings meistens nur am Anfang dieser Projekte der Fall, sofern noch keine weiteren Einkommensquellen geschafft wurden. Beim B&B Miner beispielsweise ist ein reines Ponzi Scheme. Deswegen ist es hier so wichtig, zum richtigen Zeitpunkt einzusteigen. Ich habe das auch in meinem gestrigen Video erwähnt. Der richtige Zeitpunkt ist meiner Meinung nach aktuell meine persönliche Meinung an dieser Stelle. Nur, dass das hier nochmal gesagt ist. Der Baked Beans Miner hat schon diverse Einkommensquellen zusätzlich geschaffen, um nicht mehr alleine von neuen Investoren abhängig zu sein. Dennoch ist es in diesem Fall hier auch noch ein Ponzi Scheme bzw. ein Schneeballsystem. Hier kommen Einnahmen aus einem Merchandise Store rein und unter anderem aus dem eigenen Token, den das Baked Beans bzw. das Crypto Bakehouse Ökosystem hier an den Start gebracht hat. Und diese werden hier teilweise in den Contract des Miners einbezahlt. Also kein 100% Ponzi Scheme, aber dennoch ein Ponzi Scheme. Und Frostflakes beispielsweise ist von diesen drei am wenigsten Ponzi Scheme. Da hier Liquidität in PancakeSwap angelegt wird, ihr könnt das auch in der Telegram-Gruppe täglich bzw. alle zwei bis drei Tage nachverfolgen. Dort werden BNB auf PancakeSwap angelegt, um quasi auch einen Einkommensstrom für das Projekt zu generieren. Und das hilft dem Projekt in diesem Sinne sehr, sehr stark, da es nicht mehr ausschließlich von neuen Investoren abhängig ist und so von all diesen drei Projekten am wenigsten von neuen Investoren abhängig ist. Um das hier ganz klar an dieser Stelle festzuhalten, es ist noch von neuen Investoren abhängig und Leute, die später kommen, bezahlen die frühen Investoren aus. Das ist in diesen Minern hier nun mal einfach so und sollte auch jedem klar sein. Und ich will das hier an dieser Stelle einmal so deutlich wie möglich sagen, alle drei Miner sind Ponzi Schemes, der eine weniger, der andere mehr. Dann gehen wir nochmal zurück auf den Artikel, um uns den abschließenden Satz anzuschauen. Und zwar schreiben sie hier, wenn sie hier die Miner in einem Satz beschreiben müssten, würden sie sagen, das Ganze ist ein Ponzi Scheme, ein Schneeballsystem mit dem höchsten Risiko, das immer in einem Verlust enden wird. Und dem kann ich auch ganz klar widersprechen. Ich habe definitiv mein Geld gemacht mit diesen Minern. Das Ziel ist es einfach, einer der ersten Investoren zu sein und so früh wie möglich in diese Projekte einzusteigen, um dann quasi von späteren Investoren ausgezahlt zu werden. Und ihr seid das von meinem Kanal gewohnt, dass ich Projekte zu 90 bzw. 95% immer im Pre-Sale bzw. vor dem Launch präsentiere, um jedem die Möglichkeit zu geben, hier vom Start an dabei zu sein. Um das an dieser Stelle hier auch nochmal zu sagen, meiner Meinung nach ist es zu spät, nach einer Woche in diese Miner einzusteigen. Entweder ihr seid von Anfang an, also von Tag 1 dabei, oder ihr lasst eure Finger davon. Ganz klarer Call hier von meiner Seite. Also bitte informiert euch immer im Voraus, in was für Projekte ihr investiert, wo die Einkommensströme herkommen und wie ihr eventuell handeln könnt, wenn die Contract Balance anfängt zu steigen, zu sinken oder wenn sich Dinge im Projekt ändern. Und diese Fragen euch dann nicht überraschen, sondern ihr vorher schon eine vorgefertigte Strategie habt, die ihr in diesem Fall dann anwenden könnt. Also aus meiner Sicht ist dieser Artikel überspitzt dargestellt. Er weist natürlich sehr gut darauf hin, was die Risiken mit solchen Minern sind. Allerdings würde es diese Projekte nicht geben, bzw. würden diese Projekte nicht so groß werden, wie sie ursprünglich waren, wenn wir uns beispielsweise hier Baked Beans oder den B&B Miner anschauen und nicht schon einige Leute viel, viel Geld damit gemacht hätten. Wir sind hier im dezentralen Finanzwesen und das Geld wandert nun mal von der einen in die anderen Hand, so wie es schon immer auf Finanzmärkten war und immer sein wird. Also nehmt dieses Video bitte als Hinweis bzw. auch als Augenöffner. Diese Projekte sind nicht grundsätzlich schlecht. Es gilt nur einige Regeln zu beachten, um eben profitabel zu sein und sein Risiko so gering wie möglich zu halten. Wenn ihr eine eigene Meinung dazu habt, würde ich mich sehr über euren Kommentar unten freuen. Erzählt mir auch gerne mal, ob ihr mit diesen Minern profitabel seid oder ob ihr mehr Verluste gemacht habt und was ihr generell für Erfahrungen mit diesen gemacht habt. Wenn euch das Video an dieser Stelle gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.